PSP? Was war das? Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich bin eure Windfischi und heute möchte ich mit euch über die PlayStation Portable reden. Kurz die PSP. Manche von euch denken sich so, PSP? Was war das? Ist das genau dieses Mysterium wie PS Vita? Dieses Ding von Sony so? Dieses, was wir mal versucht haben? Ja genau, ich möchte über die PSP reden. In meinen Händen halte ich hier eine PSP Street. Das ist eine dicke PSP ohne WLAN, nur für diejenigen, die es interessiert. Eigentlich hatte ich eine PSP 3004er, eine Slim, die ich aber getötet habe. Also musste ich mir eine neue PSP kaufen, denn es gibt schöne Spiele für die PSP, die sich lohnt zu spielen. Und dafür sollte man auch eine PSP besitzen. Falls ihr mal Interesse daran haben solltet, ein genaueres Video über die PSP zu haben, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, denn heute soll es natürlich nur um eine Sammlung gehen. Und deswegen würde ich sagen, hängen wir an! Das erste Spiel, was ich euch zeigen möchte, ist Assassin's Creed Bloodlines. Ich muss sagen, die Assassin's Creed Spiele bis zum vierten Teil haben mir super gut gefallen. Die habe ich gerne gespielt. Unity liegt noch auf der Platte ungespielt oder angespielt. Und ich dachte mir so, ey, Bloodlines ist ein PSP-Spiel, kannst du mitnehmen, Assassin's Creed ist ziemlich cool. Hat mich aber irgendwie nicht so ganz gefesselt, wie ich es mir gehofft hatte. Deswegen ist es angespielt. Aber ich fand es okayisch, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und ich glaube, ich muss niemandem erzählen, was Assassin's Creed eigentlich ist. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, findet ihr es gut? Was haltet ihr davon? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es wert ist, nochmal gespielt zu werden oder ob ich es wirklich angespielt liegen lassen kann. Der nächste Titel, den ich euch zeigen werde, den hat vor allem mein kleiner Bruder damals gespielt. Und es ist Dexter. Ja, Dexter von Jack und Dexter. Ich habe die Trilogie gespielt, Jack und Dexter, damals auf der Playstation. Den Teil habe ich tatsächlich gar nicht gespielt. Den habe ich für meinen kleinen Bruder gekauft. Also ich kann dazu jetzt nichts sagen. Scheint aber so ein typisches Jump'n'Run zu sein. Ja, Dexter. Wie gesagt, ich kann dazu nicht viel sagen. Natürlich ist es in meiner Sammlung, aber... Ich mochte Jack und Dexter, sagen wir es mal so. Vor allem den zweiten Teil, der war bockschwer. Oder war es auch der dritte Teil, der so schwer war. Auf jeden Fall habe ich mir an einem Teil echt die Zähne ausgebissen. Aber ich fand es so gut. Und ja, Dexter gehört auch in meine Sammlung. Dann muss ich gestehen, ja, ich habe es auf der Konsole gespielt. Ich habe es sogar auf der Playstation 2 gespielt. Und ich habe mir das Spiel sogar auf der PSP gekauft. Heutzutage denke ich mir so, wieso hast du es nicht auf dem PC gespielt? Sims 2 aus Tiere. Ja, good old Sims. Ja, ne? Sims waren früher mal größer. Und ich dachte mir so, ne? So, wann kam das Spiel raus? Lass mich lügen. Was steht hier? Ähm, 2006. Ja, so vor zwölf Jahren. Hey, cool. Sims auf den Hand hält. Yay. Ja, man kann spielen. Es ist okay, ja. Es ist halt Sims, aber nur ohne Maus ist es ein bisschen fruckelig. Sagen wir es mal so. Ich hatte mal einen Spaß drin, aber ich habe da, glaube ich, 20 Stunden maximal reingeschmissen. Aber hey, Sims 2 mit Haustieren. Yay. Weiter. Dann zu einem Titel. Okay, ähm, ich sage das mal so. Es gibt Spiele, da weißt du genau, die werden dich packen. Die werden dich packen und die werden dich zum Heulen bringen. Oder auch, du weißt genau, was mit dem Charakter passiert. Und es trifft dich trotzdem hart. Und ich rede hier von Final Fantasy 7 Crisis Core. Wo du mit Zack fair spielst und, ähm, ja, sein Leben spielst bis zu einem gewissen Punkt X. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch Spoiler nennen kann, wenn man sagt, was passiert. Wenn ja, ihr seid gewarnt, Spoiler. Zack stirbt am Ende. Uh, wer hat das gedacht, ne? Vor allem, wenn man Final Fantasy 7 gespielt hat. Ähm, ich wusste, wie dieses Spiel enden wird, ne? Es ist ja nicht unbekannt, was am Ende von diesem Spiel passieren wird. Aber verdammt nochmal, hab ich geheult. Oh, ich hatte, ich mochte die Beziehung zwischen Zack und Aerith und so. War auch alles echt schön. Aber dann das Ende, ne? Ich dachte mir so, boah, ich bin voll mutig, ne? Ich kriege das voll hin. Und dann habe ich Rotz und Wasser geheult bei diesem Spiel. Es ist ein wunderschönes Rollenspiel. Ich mag das Kampfsystem sehr gerne. Ähm, ich mag die Optik von diesem Spiel wirklich super gerne. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Aber es hat mir auch das Herz gebrochen. Ich habe es bisher nur einmal tatsächlich durchgespielt gehabt. Ähm, ich sollte es wirklich nochmal in Angriff nehmen. Also, wer Crysis Core noch nicht gespielt hat. Und Final Fantasy 7 mag es, sollte auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Es ist ein tolles Spiel. Und, ach, das ist, ach, ja. Das ist eins von diesen Spielen, die, ja. Ich glaube, das kennt jeder, ne? Aber das ist schon, es ist positiv in meiner Erinnerung. Aber es ist schon so, ach, das hat mir getan. Ach, ja. Hat man manchmal. Dann zu zwei Titeln. Moment. Ja, doch. Dann zu zwei Titeln. Die habe ich mal vor, lasst mich lügen, acht Jahren ertauscht gegen ein paar Mangas. Und dabei handelt es sich um Final Fantasy und Final Fantasy 2. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt die US-Fassungen sind. Also, im Sinne von, ähm, Final Fantasy 2 ist Final Fantasy 4. Kann das? Ich zeige euch mal die Rückseiten. Ähm, so sieht das Ganze aus. Ähm, wenn ja, dann sollte ich vier unbedingt mal spielen, weil das soll ja richtig gut sein. Und dann schäme ich mich, dass ich das nie gespielt habe. Ähm, das habe ich vor tausend Jahren mal getauscht, äh, wo ich noch nicht so gut Englisch konnte. Und deswegen habe ich es noch nicht so weit gespielt. Das Spiel habe ich mal angespielt, ähm, aber bin nicht weit gekommen, weil es ist halt ein uraltes Final Fantasy. Und, ne, man muss halt durch die Gegend rennen und versuchen, ähm, ja, deine Sachen zu machen. Und bei Final Fantasy 2, wie gesagt, kann das sein, dass das Final Fantasy 4 ist oder 5 sogar? Ich bin mir nicht sicher. Korrigiert mich gerne unten in die Kommis. Ähm, ich habe nämlich erst mit Final Fantasy 7 angefangen. Aber so wie es aussieht, scheint es doch etwas moderner zu sein hier. Ähm, wie gesagt, ähm, als zeichnen Final Fantasy 1 habe ich getauscht. Final Fantasy 2 nie angespielt. Ich glaube, da ist auch alles noch drin. Oh, da fliegt mir die UMD weg. Moment, oh, das fällt gar nicht richtig. Wow. Äh, auch mit der Anleitung und so ist also quasi alles bei. Ähm, da habe ich ertauscht gehabt und dachte, oh, das ist ja furchtbar hier. Wie professionell. Ähm, und, äh, nie angespielt. Da ist sogar diese Dinger sind hier weggebrochen. Ich sollte echt mal neue PSP-Hüllen kaufen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr genaueres wisst, ich glaube nämlich, das ist Final Fantasy 4, 5. Äh, schreibt es mir unten in die Kommentare, weil, dann habe ich dieses Spiel schon. Denkt mir immer, oh, ich sollte es vielleicht mal für ein 3DS kaufen und habe es für die PSP. Dann, dann ist das echt peinlich. Okay, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel habe ich doppelt und dabei handelt es sich um Harvest Moon Boy and Girl. Und zwar sind es beides, äh, die US-Ami-Fassungen, also US-amerikanischen Fassungen. Windfischi kann kein Deutsch. Und zwar einmal, äh, komplett in Englisch und einmal hinten mit französischem Text auf dem, ja, auf dem Cover. Auf dem Backcover. Allerdings ist das Spiel auf beiden Versionen komplett Englisch. Ähm, deswegen bleibt diese Version hier sealed. Ihr seht ja hier den Sticker. Den muss ich noch entfernen. Ähm, eigentlich wollte ich diese Version aufmachen, also die komplett Englisch und nicht die Englisch-Französische. Also, hinten, das Spiel ist ja Englisch. Ähm, allerdings, ähm, ich weiß nicht, seht ihr das? Seht ihr das? Ich habe das bestimmt schon mal in einem Video erwähnt. Hier, seht ihr diesen Schlitz? Da hat der Zoll reingeritzt. Hatte ich erwähnt, dass ich PSP-Hüllen kaufen sollte? Nein, ich sollte PSP-Hüllen kaufen. Ähm, Back to Nature, das Original auf dem, auf der Playstation, so gesagt, ähm, habe ich geliebt. Das ist die Portierung für die PSP und dazu haben sie noch eine Variante gemacht, dass man Mädchen spielen kann und natürlich die Jungs mal abschleppen kann. Ich muss sagen, als Bauer in Harvest Moon Back to Nature habe ich alle Frauen mal abgeschleppt. Und jetzt ist es mal Zeit, dass ich auch mal die Jungs nehme, denn ich kann ja nicht immer nur die gleichen Frauen heiraten. Wird ja nach einer Zeit langweilig. Das hört sich falsch an. Auf jeden Fall wollte ich auch mal mich an Kai, Grey, Cliff, dem Doktor und wenn ihr euch vergessen Rick ranmachen. Und das mache ich dann auch mit Ball & Girl. Wo wir bei Harvest Moon sind, darf Harvest Moon Hero of Leaf Valley nicht fehlen. Und jetzt wackelt die Kamera, weil die Katze da hinten herläuft. Yay! Ähm, Hero of Leaf Valley ist quasi, ich möchte jetzt nicht sagen, eine... Ähm, ein Remake, aber eine veränderte Variante von Save the Homeland. Save the Homeland für die Playstation 2 besitze ich tatsächlich nicht, denn ich kann es nicht abspielen. Es ist ein US-Spiel und ich habe eine PAL-Playstation 2. Außer ihr wisst, wie das vielleicht geht, dann könnte ich es mir holen. Dann das habe ich nie gespielt und ich würde es gerne mal spielen. Und das ist die PSP-Variante. Sie hat seine Längen. Ich muss sagen, das Spiel hat seine Längen und auch so seine Durststrecken, wenn man so möchte. Ähm, aber es hat eine schöne Story und man kann auch echt viel machen, aber das Spiel lädt halt viel. Also die Ladezeiten sind schon echt lang in diesem Spiel, aber es hat mir trotzdem gefallen und ich kann es empfehlen. Aber ich glaube, mittlerweile ist der Preis für dieses Spiel recht hoch, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber falls ihr mal Interesse habt an einen Harvest Moon, hallo Katze, könntest du das sein lassen? Ähm, dann schaut mal rein, falls ihr eine PSP habt. Und der nächste Titel, den ich euch zeigen möchte, gehört wieder zum Harvest Moon Universum, ist aber quasi der Urvater von Rune Factory. Und das war auch der Grund, warum ich mir damals die PSP gekauft habe. Und zwar Harvest Moon Innocent Life, a futuristic Harvest Moon Game. Das war die erste, ja, Option, die sie mit Harvest Moon gemacht haben, dass sie es mal ein bisschen verändern wollten. Dass sie nicht nur diese Bauernhof-Simulation daraus machen wollten, sondern auch mehr. In diesem Fall spielt man hier den Jungen live. Er ist ein Computer, der menschlich werden soll und durch das Anpflanzen von Pflanzen und der Inselrettung eben seine Humanität lernen soll. Ist das Deutsch? Ich hoffe schon. Und, ähm, ich muss sagen, das Beste an diesem Spiel ist für mich die Musik. Ich liebe diese Musik in diesem Spiel. Also, ich weiß nicht warum, aber die Musik in diesem Spiel, ich finde die grandios. So sieht übrigens die Rückseite aus, falls es euch interessiert. Für mich war das wirklich der Grund, warum ich die PSP haben wollte. Wegen Harvest Moon, ja, manchmal kaufe ich ein Spiel oder eine Konsole, nur weil es einen bestimmten Titel darauf gibt, den ich spielen möchte. Und, ja, Harvest Moon Innocent Life war für mich auf jeden Fall der Titel. Und, ähm, ja, immer wieder spiele ich es auch mal durch. Ich, ähm, alle zwei, drei Jahre einmal, ähm, das sieht man auch an meinen Spielständen, das ist nämlich sehr lustig. So, ah, da habe ich es gespielt, aha, da habe ich es gespielt. Ich kann es nicht sein lassen. Irgendwie komme ich immer wieder zurück zu diesem Spiel, wegen der Musik. Das ist, äh, die Musik ist toll. Ähm, manchmal ist auch einfach nur die Musik toll. Der nächste Titel ist leider ein Fehlkauf von mir. Äh, das liegt daran, dass, äh, mir das Genre nicht liegt. Ich dachte mir so, hey, das hört sich cool an, das könnte was für mich sein. Dann habe ich angefangen zu spielen und nach so zwei Stunden so, ne, es ist nichts für mich. Ich rede hier von Monster Hunter Freedom 2. Äh, Monster Hunter, ich glaube, die meisten kennen Monster Hunter, da muss ich nicht viel zu sagen. Ich habe mir gedacht, hier, PSP Ascensions kosten nur noch einen Zehner, oder ich habe es für einen Zehner gekriegt. Kann es mal ausprobieren, bei einem Zehner machst du ja nicht viel falsch. Gut, für 10 Euro, ähm, kann man auch nicht viel falsch machen, aber es ist halt einfach nicht meins. Ähm, dieses Rumrennen und nur Monster besiegen, äh, da bin ich doch zu viel Rollenspieler. Also, ich möchte eine Geschichte haben, da stehe ich eben mehr drauf, als irgendwie eine Stunde, mich an einem Drachen rumzuwurschteln. Nichts gegen die Leute, die das spielen. Ich gucke auch gerne mal ein Let's Play oder ein Streamer kurz rein, wenn sowas passiert, aber es ist für mich persönlich nicht meins. Ähm, deswegen Monster Hunter Freedom 2. Ja, in der Sammlung. Dann zu zwei Titeln, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Vor allem eben, weil die kleinen Charaktere so süß sind und es ein bisschen ein Rhythmuspiel ist. Und zwar, tatatata, Paterpon 2 und Paterpon 3. Paterpon 1 habe ich noch nicht irgendwo günstig gefunden, das ist der einzige Grund. Paterpon 3 habe ich sogar für 3 Euro gefunden. Also, 3 Euro für Paterpon 3, hallo! Ähm, ja, Paterpons sind diese kleinen, ähm, schwarzen Viecher hier, die man hier sehen kann. Vielleicht bende ich euch auch Footage ein, ich bin mir noch nicht, äh, sicher. Kann sein, dass jetzt Footage läuft, während ich euch zulabere. Auf jeden Fall, ähm, ist das ein Rhythmuspiel, wo du mit den kleinen Paterpons kämpfen musst. Und, äh, dabei singen sie dann, wenn du im richtigen Rhythmus bist und kannst halt bessere Kombos und, ähm, Attacken machen mit den kleinen Paterpons. Sondern singen sie immer so, Porn, Porn, Paterpon, Viecher! Ich liebe das. Also, diese kleinen Paterpons sind einfach nur super, äh, lustig und, ähm, süß. Und ich mag dieses Spielprinzip. Und irgendwann habe ich auch alle 3 Teile. Ich finde doch irgendwann mal Paterpon 1 für kleines Geld. Aber, Paterpon, wuh! Ich mag Paterpon. Dann zu einem Spiel, das ich auch für meinen kleinen Bruder gekauft habe. Und zwar ist das, ähm, Ratchet & Clank Size Matters. Ratchet & Clank ist ja auch quasi sowas wie Jack & Dexter, nur, ich glaube, kindlicher gehalten. Mein Bruder mochte es sehr, sehr gerne. Er hat sehr viel gespielt und ihm hat es gefallen. Ich habe es eigentlich nur mal ganz kurz angespielt. Aber, ähm, meins ist es nicht so. Vielleicht geht es auch einfach an den Charakteren. Damit bin ich nicht so warm geworden. Aber hey, Ratchet & Clank Size Matters gehört auch in meine Sammlung. Und da ich nicht aufhören kann mit den Farming Simulatorn oder den Farmsimulationen, ist der nächste Titel auf meiner Liste Shepard's Crossing für die PSP. Es gibt auch ein Shepard's Crossing 2 für den DS. Aber das Spiel ist so verdammt rar. Ich komme da nicht dran. Also es ist immer weg. Es ist so selten produziert worden. Ich hätte nämlich auch gerne Shepard's Crossing 2 für den DS. Das ist eben auch ein Farmsimulator. Funktioniert aber nicht so wie Harvest Moon. Das Ziel in Shepard's Crossing ist es tatsächlich, Schafe zu kriegen. Schafe sind quasi das wertvollste und allerheiligste, was du in Shepard's Crossing kriegen kannst. Und du beginnst in diesem Spiel, glaube ich, irgendwie mit Pflanzen oder sowas. Und musst dir halt die Sachen immer weiter ertauschen, ertauschen, ertauschen. Bis du dann irgendwann mal bei den Schafen angekommen bist. Das geht, lass mich lügen, 10 Stunden oder so, bis man sein erstes Schaf kriegt. Also das ist das Ziel. Es ist wirklich anders als Harvest Moon. Aber mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und irgendwann, irgendwann habe ich auch den zweiten Teil. Irgendwann. Ich glaube fest daran. Dann zu einem Strategiespiel. Denn SRPGs mag ich sehr gerne. Und zwar hier ist es Valkyria 2. Also Valkyria Chronicles 2. Damit kann ich das erste Mal in Berührung mit dieser Serie. Hier steht zum Beispiel hinten drauf, vereine deine Truppe und rette Galia erneut. Übernimm das Kommando im Bürgerkrieg gegen eine mächtige Armee von Rebellen. Und man spielt tatsächlich Krieg, wenn man so möchte. Und hat auch Panzer dabei und Scharfschützen und hast du nicht gesehen. Alles spielt auf einer, ja wie soll man sagen, auf einer Akademie. Auf einer Militärakademie. Und du hast halt Missionen, die du erfüllen musst. Und zusätzlich dazu kommen noch die Valkyren, sagt man das so. Die quasi ein besonderer Charakter sind. Mehr sage ich dazu jetzt erstmal nicht. Und ich muss sagen, mir hat der zweite Teil gut gefallen. Ich habe den leider nicht komplett durchgespielt, weil ich irgendwann gegen Ende mal eine Pause eingelegt hatte. Und dann die Mechaniken vergessen habe. Und dann bist du echt verloren, wenn du nicht mehr weißt, was war nochmal gut gegen den Panzer. Aber welchen Schützen könnte ich nochmal dagegen einsetzen? Und wofür brauche ich nochmal den Bombenhofer ziehe? Ja, ich muss sagen, habe ich leider nicht durchgespielt. Hat mir aber sehr gut gefallen. Und den ersten Teil habe ich glaube ich für die Playstation 3 rumfliegen. Ja, tatsächlich. Den ersten Teil habe ich für die Playstation 3 rumfliegen. Habe ich aber auch noch nicht gespielt. Na, Schande. Das sollte ich auf jeden Fall mal machen. Und ich glaube, es gibt ja auch einen neuen Valkyria-Teil. Möchte ich auch irgendwann mal reingucken, wenn ich es für das kleine Geld finde. Aber hey, Strategiespiel hat mir gut gefallen und kann ich auch nur empfehlen. Und das letzte Spiel in meiner Sammlung ist sogar die einzige Special Edition, die ich für die PSP besitze. Das war damals ein Geburtstagsgeschenk und zwar Final Fantasy Dissidia. Das erste Dissidia-Spiel, was es gab. Und hier ist auch noch wirklich alles drin. Der kleine Soundtrack, ist der nicht niedlich? Hier anguckt. Dann natürlich das Spiel selbst. Dann haben wir hier noch, lasst mich wie gern, Postkarten. Ein kleines Artbook und ich glaube, noch so eine Art Anleitung. Das ist auch noch alles komplett. Ich habe da ein paar Stunden rein investiert in Dissidia. Man kann ja mit seinen Lieblings-Final Fantasy-Charakteren spielen, wenn man so möchte. Ich mochte es sehr gerne mit Tidos zu spielen. Ich mag Tidos. Oder auch mit Zidane. Ich glaube, das wird so ausgesprochen, ne? Der Charakter aus Final Fantasy 9. Ist ein Kampfspiel. Ich glaube, das neueste Spiel ist Final Fantasy Dissidia NT. Das jetzt für die Playstation 4 rauskam, wenn ich mich nicht irre. Und wenn man Final Fantasy an sich mag und die Charaktere mag, ich meine, dann kann man damit eigentlich nicht so viel falsch machen. Es gibt vieles, was man da machen kann. Es macht auch wirklich Spaß. Und deswegen Final Fantasy Dissidia. Nur so mein kleines Schätzchen in meiner PSP-Sammlung. Und das nicht nur, weil es die einzige Special Edition ist. Aber hey! Immerhin! So, und das war es dann auch schon mit meiner Playstation Portable-Spiele-Sammlung. Ich glaube, ich habe euch eine ganze Weile zugelabert. Ich hatte gedacht, das Video wird kürzer. Ja, Pustekuchen. Damit müsst ihr jetzt leben. Und wer bis zum Ende durchgehalten hat, kann ja gerne mal, was schreiben wir hin, blaues Alpaka in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich, dass ihr das Video bis zum Ende durchgeschaut habt. Welche PSP-Spiele könnt ihr denn empfehlen? Ich spiele am liebsten rollenspielartige Spiele. Ich glaube, das hat man in meiner Sammlung auch gesehen. Falls ihr da so ein oder zwei Pärchen habt, die ihr mir noch empfehlen könnt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich glaube unten, ne? Ja, hier so, da, da in die Kommentare. Und ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Bye!